Grüß Sie Gott, Austro-Bob, mein Name, vielleicht kostet von mir schon mehr. Im vergangenen November waren die vier noch als Einpeitscher für die SEA, die ERV und für Reinhard Fendrich unterwegs. Jetzt im Frühjahr touren sie erstmals allein durch Österreich und das mit Riesenerfolg. Grüß Sie Gott, Austro-Bob heißt die Tournee und auch die Eröffnungsnummer des Programms. Auf großen Aufwand wird von der Band Solo zu viert gänzlich verzichtet. Im Vordergrund stehen die vier Liedermacher, ihre Stimmen und ihre Gitarren. Riks� Wir haben es gedacht, ja, wir wollen schon auf große Weltturnee gehen. Von Regens bis... Ja, da nehmen wir uns kein ganzes Okes damit. Da nehmen wir uns, da lassen wir uns nichts landen. Da packen wir alles ein, was wir uns leisten können. Was? Warte, sie umgeht. Das wird die Abstände geben, wie es weiter ist. ...spannst du den Schlaf? Ja. Ja, da drin. Ja. Ja, es war wirklich ein Schlaf. Ich habe auch immer ein Schlaf. Aber das war immer ein, das war aber. Servus, Mama, wunderbar, dass du mir anrufst um sieben in der Früh. Der Heimol ist okay, es gefreut mich, es gibt mir ein gutes Gefühl, wo ich gerade bin, ich weiß es nicht genau, aber ich sehe hohe Berge, wenn ich aus dem Fenster schaue, aber Mama macht keine Suche, bist du es eh schon gewöhnt, du weißt eh wo ich bin, ich bin unterwegs, bin unterwegs mit meiner Band. Natürlich bin ich jeden Tag frisch versiert und versiert, dann klei, pass auf auf mich, dass mir sonst nichts passiert. Wenn ich wieder heimkomm, kannst du dir beim Besten würden nicht sagen, ich werde am Besten heute gleich einmal unseren Manager fragen, aber Mama macht ja keine Suche, bist du es eh schon gewöhnt, du weißt eh wo ich bin, ich bin unterwegs, bin unterwegs mit meiner Band. Jeden Tag in einer anderen Stadt gehen die Lichter an und dann gibt da jeder von uns alles, was er kann. Die Leute, die tanzen, singen schnell aus, flippen völlig aus, und nach zwei Stunden gehen dann langsam alle Lichter wieder aus. Ich bin unterwegs mit meiner Band. Ich bin unterwegs mit meiner Band. Und das ist ein bisschen lautere Stimme-Monitor. Alter, haus rot gegenüber, bockt alle, dann macht's euch abgenaus. Was bei Stimme-Monitor, spür ich lauter, bitte. Dann habe ich die Tränen in den Arm, Ein ganzes Haus. Ein ganzes Haus. Ein ganzes Haus. Es ist immer wieder schön, euch zu treffen und mit euch musizieren zu dürfen. Es ist immer wieder schön. 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 Wurren verehrt und begehrt, in jener Stadt war die Hütte voll. Aber Mama ist schon nicht so verschreckt, ist das eh schon angewendet. Ja, irgendwann da bin ich unterwegs, unterwegs mit meiner Paint. Jeden Tag in einer anderen Stadt gehen die Lichter an. Und dann gibt da jeder von uns alles, was er kann. Die Leute, die dansen, singen, schauen, flippen fällig aus. Und nach zwei Stunden gehen die Lichter wieder an. Jeden Tag in einer anderen Stadt gehen die Lichter an. Und dann gibt da jeder von uns alles, was er kann. Die Leute, die dansen, singen, schauen, flippen fällig aus. Und noch ein paar Monate gehen dann langsam alle Lichter wieder aus. Oh Mama, dann komm ich wieder zu Haus. Aus eigener Erfahrung weiß ich, alle anfangen ist schwer. Und dann gefreut es mir, dass ich auch tue, so wie es auch schon Freimann rennt. Ja, aber ich habe keine Angst. Alles wird gut, es wird passieren. Kaffee chki. Danke bin ich jetzt. Da ist ich! Gonna lighten! Yeah! Vielen Dank.